grisgott hallo jetzt mach mal die nummer zwei Prozent zweimal kurz zwei Masse und Geschwürdigkeit wir lernen hier Physik und das ist Tom ist noch immer klein und fett auf geht's Kondom die Rundfunk und Rom Gap hat sich aufgefallen ist immer ich gelobt werden ja wie heißt er das ist stelle Gela ja ist und ich hab das nicht nötig klar das ist so ja so ich hoffe du hast dir da oben jetzt ein portal gesetzt hast du da eins? nein, du musst eins haben immer ich ja, hallo hallo jetzt komm hoch und jetzt setz unten eins also unten, genau jetzt springen wir beide rüber und dann passt das juhu wahnsinn wie gut echt wahnsinn hallo, komische Kamera ach, das war ja das, das war ja schon mal du hast Zeit verfläffert also wir haben das ganze schon mal gespielt aber da hat die Aufnahme irgendwie total verkackt weil halt und so du hast verkackt das auch alter ja, ganz schön eng hier, wa? ach, oh gott so du springst jetzt hier komm du setzt mir hier das dunkelblaue jetzt rechts klick ja,ja kannst ja,ja Bällchen! Bällchen! Oh. Döööö. Jetzt war der grad wieder in dir. Ah! Ja. Warte, ich schaff das. Schon wieder? Haha, du bist das aber schon... Das war aus Versehen. Jaja, aus Versehen. Dafür kann ich nicht... Bla bla bla, Mr. Freeman, bla bla bla. Kommst du heute noch? Aaaaaaah. Ich hasse dich. Ach ja, der gleiche Jock wie gestern. Aber gestern war's aus Versehen, das muss man dazu sagen. Jaja. Aus Versehen. Meine lieben Zuschauer, Tom lügt wie immer, wie gedruckt. Er macht das alles absichtlich. Ja, ich lüge. Lüge, lüge, das gibt ne Rübe. Ja, das auch. So. Ich lass dich fliegen. Oh. Tadam! Oh. Jeeey. Das tat weh. Jetzt musst du mich fliegen lassen. Da war ja was. Rechtsklick, ne? Ja, warte mal, ich muss das mal hier, dass du die Klappe wieder vorkommst. Oh. 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 Was kannst du eigentlich? Oh. Ich glaub noch hervorragend. Oh. Puh. Sind wir ja schon wieder fertig. Ja, wir sind sehr sehr stolz. Oh. Ist das nicht süß? Sie würden sie kleinste Trophäe der Welt basteln. Oh wow. Klar, das ist sooo nett. Sooo nett. Nein, sooo nett. Achso. Und sonst? Auch so. Oder anders. Das ist ein schönes Arsch. Seh ich gerade. Ich weiß. Spannst du mir hinterher? Nö. Oh. Das war aus Versehen. No. Siehst du, ich bin dir überlegen. Sag's vor Glarus. Du hast gar nicht richtig zugehört. Komm jetzt. Die hat gesagt, denk dir einfach, dass du Blue überlegen bist. Damit du dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Ja, weil sie weiß, dass ich Blue überlegen bin. Nein, nein, nein. Das ist Quatsch. Sie weiß das. Ich hab nicht zugehört. Sie weiß doch. Jeder weiß, dass ich Blue überlegen bin. Ja, willst du jetzt das Bärchen dich einfach mitnehmen? Hm. Vielleicht. Ich dachte es mir schon. Okay. Arsch. Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Ich bin zugehört. Und das soll die Wettenschaft sein. Tja. Sollen wir hier groß sagen. Ja, du bist ein Held. Das bringt dir viel jetzt, oder? So, decken trying. Noooon. Das bringt dir jetzt nix, ne, du weißt ja. Ich nehm' den Dach schon noch. Du bist nicht direkt hoch, ne? Du nicht. Jeder andere, nur Tom dich. Hatam. Oh, du bist schon da. Jetzt muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal ansehen, ob ich dich irgendwo hier sneaken seh. Ja, ich hab mich geduckt. Hab ich nicht. Hallo. Hallo. Deine Welt sind die Berge. Olaf. Olaf. Ach, was so? Wie gestern. Hm? Nee 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 nee. Ready? Ready? Ja, ja, mach. Yay. Yay. Wooooo. Yay. Ich töte jetzt die Bälle, die wir nicht brauchen. Nein, töte sie nicht. Oh, ja. wir müssen alle sterben niemand du bist der Ball das ist süß du bist der Ball der Ball ist größer als du ich töte ihn jetzt nicht ich bin los bei die fliege die freiheit er fliegt jetzt bestimmt ein abitur science mitarbeitern aufm kopf und der stirbt dann und da umkrebs er hat das sind dann krebs in sich und die erschütterung hat den dann ausgelöst du du ja und sind ja ewig weiterleben können nur wir haben und das war auch die damenkrebs und er hat es ganze büro ist dort so also hier sieht man Tom wie er dumm ist mhm 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 bei ihm Lymphknoten ja das stimmt nicht Naturjoghurt mhm dann schließt mich mal so du musst jetzt da oben da oben ist irgendwas genau ja 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 so du gehst jetzt wieder zurück kann ich ja das müssen wir jetzt machen hm und jetzt wie komm ich jetzt da hoch hm hm ich kann jetzt nicht hier zurück hm gute frage hm 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 warte mal warte mal hier sind zwei dinger kannst du auch mal einen knopf drücken? nein hm kannst du hier ein portal schießen? hm nee nein du kannst nur hier ein portal schießen ja da und da das bringt mir nix oh das bringt mir was bringt mir das das bringt mir gar nix hm hm du kannst auch hier keins schießen und ich wenn da durchgebe hab ich kein portal mehr hm ja ich hier sind halt äh zwei solche dinger die irgendwas fallen lassen bälle oder so frag mich nicht was das nee das sind die spawns für uns wenn wir wenn wir sterben hm ich kann mal wieder runter weil das bringt ja gerade nichts vielleicht seh ich noch irgendwas anderes das ist der Anweier schon mal alles klar jetzt geht's wieder rum hm hm du müsstest fast hier einsetzen und dann hier und ich muss halt dann hier zurück und muss hier und hier einsetzen also schießt du mich ich schieß dich jetzt mal wieder nach ganz hinten ja ich komm da ja ok du schießt mich hier warte mal ja du schießt genau jetzt bin ich hier du bist jetzt hier genau da musst du da musst du mich hier durchschießen ja mach nee jetzt musst du da vorne das ne 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 so genau jetzt gehst du zurück aber es du lässt sich das da oben du lässt sich das da oben genau 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 dann haut es mich ein und her so dann haut es dich jetzt ganz zurück ähm ja geh geh in das geh in das katapult so dann haut es dich hier zurück dann geh ich jetzt ganz zurück da kommt er rein genau boah kompliziert hier ja erstmal wieder ausprobieren ne ok ok hier oben sind da auf jeden fall geht einer durch begleiter kubus komm gleich wieder ok hallo was hab ich grad gemacht du hast grad hier das ding aufgemacht nett aber hier kann man nicht durchschießen aber hier kann man aber ich kann mich mal rüberschießen ja richtig yay plonk so hallo hat das jetzt irgendeinen Sinn ja ah pass mal auf machen wir wieder auf wir müssen wir brauchen erst den den kubus den stemp der müssen wir dann bei dir hinstellen glaube ich zumindest dann bleibt es auf dann springt einer hier da rüber und von hier da rüber das heißt du musst mir jetzt hier hin dass die den würfer geben und wie kommen wir an den würfer in dem ich hol den kurz ok au wow wow yay gut mach ich jetzt gar nichts und warte bis du da bist genau so so jetzt ist das auf jetzt kannst du eigentlich wieder runter kommen genau jetzt muss ich da rein schießt da drin zwei portale du schießt dich dann da rein und dann fliegen wir da rüber erstmal du hast du die portale gesetzt ja ja ah du kannst hier ein portale machen gut dann kannst mich jetzt ja ach ja langsam wird es ja komplizierter yay dance it baby dance it oh 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 Olaf du siehst so runde aus ja kein hm 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 ich glaube ich sogar einen erfolg dafür was viermal zu gewinnen denk ich so hintereinander zu gewinnen ein paar mal hm mysteriös so jetzt sind wir noch bald mit dieser test kann man durch das war glaube ich schön bis jetzt 6 von 8 sie ja schon mal kompliziert aus das ist böse so wird es hier hier ist ein katapult das fährt hier hin so weit schießen dann muss hier ist nur schräge flächen dann kommen hier hoch aber hier muss noch ein kurs rein hier oben ist der ausgang ich komme gar nicht hoch ich gehe einfach durch und wo ist der kurs der kommt am anfang beim katapult raus kannst du mir das bisher her schießen ähm kannst du hier ein portal setzen nee ist nicht egal setz hier das portal bitte sitz setzt setzt das portal setzt das portal ich hab ich hab nen plan setzt das portal hier und hier brauchen wir genau passen mal auf aber das muss ich hier hoch warte mal ich weiß glaube ich gleich mit hier her schießen mhm warte noch mal hier ist nämlich ein schalter den ich drücken kann jetzt ist da drüben kubus gekommen und der kommt jetzt zu uns durch die portale guck mal und hier ist der kubus und den legst jetzt da unten rein ja und wie komm ich jetzt hoch das weiß ich noch nicht naja der hätt mal auch hier den kubus einfach hier raus kommen lassen können das wäre das gleiche gewesen so komm aber dann hätte ich den schalter nicht drücken können das ist mir egal so jetzt gehst du rüber ich setz hier die portale ja du musst ja erstmal hoch ja ich hab's grad gesehen 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 siehste hat doch funktioniert ja schön ach Gott im Himmel oh der sieht interessant aus prägeeeell ja erstmal probieren hätte ich jetzt auch gesagt ja das finde ich cool wenn du so ewig rumfliehst ok man landet auf der plattform die einfach nichts ist da oben ist aber irgendwas mit irgendwas hier kommt irgendwas raus ja komischerweise wieder zurück ich drück mal den knopf und rückt es fliegt mal gegen diese plattform warte mal ich schieß mich mal irgendwo hin oh hast gesehen ah du musst mir den den kubus praktisch in die arme schießen während ich hier fliege genau was kannst du eigentlich was kannst du eigentlich wow das ist ja schwer das war auch zu spät das sehe ich schon ach ficken mir wird schon langsam schlecht mir wird schon langsam schlecht oh okay ja alter noch später ah doch ah ich hab ihn weißt du und jetzt ist was hu jetzt drüber so nett jei einfach nur nett einfach nur nett sonst war es nicht nett aber jetzt ist es nett so wir haben die Nummer 6 geschafft wow jee look at that look at us we are perfect gut zu gut zu gut zu uff 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 jee nett nett das kann auch nur angela merkel sagen ja du musst dann die hänger noch zu so einem dreieck machen ist nicht richtig und du musst scheiße aussehen nett das schaffst du doch auch so hee 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 so hm 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 und hier warte mal hast du es gerade gehört ich bin du bist das beste damit du kannst mich mal in den aus schlecken hier da ich wollte diesen im Moment genießen Wow, das wird schwer. Lustig. Alles. Hm. Ich hab da so eine Idee. Wow, hast du das gesehen? Wow! Hab ich getroffen? Ja. Warte mal, warte mal. Ich werd hier grad hochbefördert. Das war zwar nicht der Plan, aber... Ich bin jetzt oben. Oh. Jetzt weiß ich, was das war. Geht's auf Zeit? Oder B, hab ich einfach voll verschissen? Ich hab diese Dinger alleine zum Kommenzimmern. Oh mein Gott. Äh. Hm. Hier ist ein Gemein. Da oben kannst du nichts machen. Guck mal, die ist ein... Ja, da müssen wir dann durch die Fallen durch. Oh, ich weiß, warte mal. Hm. Hm, 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 hm. Äh, schieß mich nochmal hoch dann. Also hier. Mach das nochmal, was du vorher gemacht hast. Mal das normal, mal nie. Ja. Ja. Aber es geht nicht lange, ja. Ja. Weil ich, weil ich. Ja, ich, hast nicht getroffen. Hab ich. Jetzt hast du getroffen. Ich hab Angst. Mal gucken, ob's reicht. Nein. Hat nicht gereicht. Dann muss ich jetzt warten, bis das Ding durch ist und dann komm ich. Ist schon durch. Äh, was wirst du jetzt eigentlich machen? Erklär mal. Äh, ich. Ich werde hier hochgefahren. Dann kriege ich Speed. Spring hier durch. Komm hier raus. Komm hier an das Katapult und spring dann nach hinten an den Schalter wahrscheinlich. Okay. Verstanden. Oh, der Würfel. Dead Würfel. Knapp. Yay. Bam. Ja. Komm her. Hast du das deaktiviert? Nicht? scheinbar und so nörd aber auch ein Arsch hier das bin ich ich glaube wir müssen einfach den Würfel da drauflegen aber weg den Scheiß ich bin auch mit geflogen das war unfair warte mal ich habe eine geile Idee wie ich das ganz kompliziert machen kann indem ich das verzögere das ist gut voll daneben gefallen du musst den voll gerade reinschauen bist du schlecht ich bin ich bin ich bin das bett eben bett eben so jetzt kann ich nicht genau bezieht die es gibt jetzt nicht ging doch haben wir die Nummer sieben auch für die Schwach wir sind**** jajjai jajj jajjj jajjj jajj jajjj 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 wir haben es wir haben es Warte los, hast du wieder ne Bratwurst gegessen in der frühe? Spice Team. Du bist zu pervers, in der frühe Bratwürste. Gesund, ich liebe gesund. Das ist ja geil. Hier ist ein Knopp. Hier ist ein Computer. Das ist ein Windows 95, das sehe ich da auf Anhieb. Echt? Die Tassert heute meiner Oma auch. Nur in Dunkelbund. Oh, schöne Farbe Dunkelbund. Ja. Hier drüben ist auch noch was zum reinschießen. Erstmal müssen wir auch was finden, mit dem wir die umlenken können die Strahlen. Der Strahl muss umgekehrt werden. Was ist denn hier noch so? Hier sind Treppen. Oh, hier unten ist ein bisschen mehr. Ah, warte mal. Ich geh, ich werd keine Angst. Ich werd auch gucken. Ich töte mich nur. Yay, wuhu! Was hab ich jetzt gemacht? Was hat der, was hat der Schalter jetzt bewirkt? 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 Kannst du mal hier oben bleiben und mal gucken, was der Schalter hier macht? Ich hab grad geguckt, was mit dem Rohr da passiert. Äh, ja, der schießt das Ding hoch. Wo hoch? Naja, das fliegt da in die Rohre rein, fliegt hoch. Und dann muss man das wahrscheinlich irgendwie rausholen. Aha. Jetzt geht's runter und dann kannst du halt hochschauen. Hier, hier, glaub ich, kann man das dann... Guck mal. Ja, genau. Lass uns mal dann teilen. Das heißt, ich mach meine Portale hier hin. Und du drückst. Und wie komm ich dann da rüber? Ich, ich, ich muss doch... Ich bin da rübergekommen. Äh, hier? Und hier? Warum hast du mir das Ding einfach holen? Ja, ja. Wo? Ich muss das ja erstmal hochschießen hier. Scheinbar. Also, du springst jetzt da dran und dann sitz ich in meinem Portal. Und dann musst du auch hier runter und musst du hier durch. Ja, ich muss halt dieses Portal benutzen und du das Portal. Genau. Das heißt, du schießt hier... Du schießt hier hier daneben einfach auch ein Portal. Genau. Genau. Ich spring jetzt mal dran. Sag, wenn du gedrückt hast. Ja, hab ich. Warte mal. Oh, oh, oh. Jetzt wär's hochgeflogen. Ach so. Das musst du mir dann sagen. Mhm. Muss ich jetzt sterben? Vielleicht. Da, hier kannst du doch, glaube ich, was schießen, oder? Nee, das ist dann, glaube ich, hier kann ich. Hallo. Hallo, Parkour. Hallo. Okay. Dann... Tschüssi. Ich spring jetzt. Jetzt kommt gleich einer. Kann ich. Jetzt. Mal. Mal. Ich hab mich nach einem Moment gezögert. Ich dachte, es geht nicht zwischen. Ich hab dir alles aktiv. Ich springe. Jetzt fliegt er gleich. Jetzt. Ah. Alter. Nein. Wieso? Hm. Das ist die Timing-Sache. Ja, mal. Oh. Oh. Das wollte keiner. Hahaha. Nochmal. Yay! Woop. Oh. Okay, das war jetzt... Ah, jetzt macht der Stüb. 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 Genau. Okay. Also muss ich mir das... Puh. 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 Geräusch merken. Genau. Ja! Yay! Woohoo! Yay! That's how we do it. Woah, 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 woah! Ja. Ahhhh. Ahhhh. Gittauert und weg. Ach. Ach. Ich muss das hochhalten. Ja. Das geht nicht anders. Ich muss hochhalten. Oh. Ach. Was kannst du jetzt eigentlich machen? Also was haben wir gerade gemacht? Ich hab keine Ahnung, was das gerade geändert hat. Oh, es leuchtet rot. Ich hab Angst. Hm? Hm. Was hat das jetzt gemacht? Warte, ich spring mal kurz rüber da. Mal gucken. Yay! Oder ne, Taschen tiefer. Ach, das hält dich. Ach, ich weiß, genau. Ja. Dann können wir jetzt durchspringen, wenn ich das da halte. Wie du mich da rüber holst, weiß ich zwar nicht, aber... Ich weiß... Ah, warte mal. Hier geht's irgendwie rein. Hm. Okay, hier brauchen wir... Hier brauchen wir uns beide für so Dinger. Hier. Okay. Also muss ich das Ding jetzt mitnehmen. Warte mal. Ja, du kommst ja nicht rüber. Du stirbst ja wahrscheinlich. Warte. 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 Stimmt. Ich kann dir auch kein Ding rüberschießen. Haben wir nur eins. Hm. Und hier ins Feld ist meine Sachen aus. Meine Portale resetten. Ich guck dir kurz zu. Ich guck dir kurz zu. Also hier muss das Ding da... Das ist das, der Fen shut down. Shut down. Shut down. Warte mal, du hättest... Kannst du hier drüben bei mir ein Portal setzen, dass ich dir den Laser durchlenke? Ich hab da grad bei dir was gesehen, wo du ein Portal setzen kannst. Ja. Bzw. hätten wir das eher machen sollen. Warte mal, hier, guck mal. Warte mal, wo? Hier. Ja, und? Äh, hier kannst du durchlenken. Hier kannst du durchlenken. Hier, hier kannst du durchlenken. Ja, genau. Und dann hier hoch. Okay. Und dann lenken wir durch. Okay, und dann muss ich mal gucken, wo du da rauskommst. Ah, links. 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 Ja, ja. Mit dem Laser. Das wird schwierig, weil hier ist so eine scheiß Band. Ja, ja, ja. Jetzt bist du drinnen. Jetzt runter. Runter, runter, runter. Das ist alles... Kannst du dem Portal... Nee, dem Portal höher setzen? Bringt auch nichts. Warte mal, vielleicht... Ich guck mal. Weiß ich nicht. Also bei mir ist es schon unten. Das ist eigentlich gar nicht mehr im Portal drin. Nee. Ich kann das nicht höher setzen. Warte mal. Nee, halt mal da drauf, dass ich das sehe. Das sehe ich nicht. Ja, genau. So, dass ich sehe. Kann halt auch nicht nach unten und oben ziehen. Wie kommen wir hier weiter runter? Kannst du dein Portal da drüben... ... etwas niedriger schießen? Jetzt sind wir niedriger. Jetzt sind wir fast zu niedrig wieder. Aber ich kann's meins ein bisschen höher schießen. Ja. Ja. Ah, rüber, 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 rüber. Ja! Yay! Nein! Was ist jetzt passiert? Jetzt ist da die Laserauswehr her. Haben wir jetzt den kompletten Strom ausgemacht. Echt? Ja. Ah, okay. Musste eh nicht da auf drinnen sein. Gut. Jetzt kannst du zu mir rüberspringen. Das freut ich auch. Schön. Das war ne tolle Aufgabe, dass nochmal Tab benutzen muss. Huh. Ich muss ihn bei dir spielen. Da drüben ist übrigens ein Schalter, ne? Ja. Drei, zwei, eins, jetzt. Nett. Ne, einfach nur nett. Nett. Wir müssen unsere amerikanischen Freunde glücklich stellen. Ja, das... Insert disk schon wieder. Wir brauchen ne disk. Wo bist du disk? Disk. 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 In dem Blu-ray-Player. Oh, Blu-ray. Oh, St. Do not upload. Do not upload. Hm. Ah, ja, genau. Weil das ist die Summe von V gleich 0 bis... Sigma. Check. Jetzt wird's dann getötet, mein Liegen... Hm, schau. Haben wir das jetzt geschafft? haben wir das nicht geschafft war das die 8 weil die 7 oder die 8 mein Gefühl sagt mir es war die 7 ja mir meins auch ja durch yeah also dat war jetzt die Dash Gamma Nummer 2 so war die nächste ist hier oben gut also so zum auch hier hinkommen wo ich bin hier na gut mit dem mit dieser Aktion beendet die Folge hier diese Stelle bis zum nächsten Mal bei Flutlicht Let's Flutlicht Oberflächen in Portal 2 Gute Nacht Tschüss